Und das ist einfach eine Nacht. Damit ich rausflute, damit ich das zu machen kann. Bei Nacht. Ich habe ja die Wehle durchgeschnitten. Waffenspiel! Schalte mit jeder Waffe Feinde aus. Wir gewinnen. Mit 80 Gerät, sagst du? Der wird weg von mir, Mann. Ach, ich gebe den Hitmarker. Ich bin immer so der Glückliche, gell? Oh mein Gott, Alter. Gott sei Dank. Bist der Glückliche, oder was? Ich bin immer der Glückliche, der bei den ehren, bei den schlimmen Waffen einfach stehen fahren. cific Bist du noch immer dort gecampt? WTF? Achmed, du! Ich hab schon gedacht, du bist der Achmed, man. Du schwörst dir, Achmed, ich glaub wärst du, hättest du nicht gesehen. Bro, ich wär zu dir gefahren. Bei Nacht. Bei Nacht. Erwischt! Ich hab raus, darf ich? Was? Bro, was wir campen, Bro? Ich bin da, schau die... Ja, halt die Fresse, Bro. Ich bin da grad hinten raus, reingelaufen, Alter, weil ich da gespawnt bin. Wait, what? Na, ich komm mit der scheiß Waffe nichts weiter, Mann! Was ist das für ne Dreck-Sniper? Ich kann nicht snipen, Mann! Oh, Achmed! Ich hab dich so geflogen! Oh, Achmed! 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 Komm nochmal! Bitte komm! Ja! Jaaa! Was ist das für ein Training? Oh, fuu... Ich habe ihn abgefeiert! Mann, er spaßt mit seinem Raketenwerfer. Wie ist er? Der Typ ist wieder so weit. Was? Was? Mann, wieso war das ein Hitmarker? Was, Ahmed? Du bist ein Stück Scheiße, Alter. Ich spaw euch runter. Ich spawne. Ich spawne und habe keine Ahnung, wo ich bin. Ich spawne und habe keine Ahnung, wo ich bin. Hey, als Bob? Spawn zwar einmal. Reißt euch zusammen, das hier ist doch vorbei. Mann, ich bin so scheiße. Und ich spawne wieder da. Müsst ihr mich fragen? Ja, schon ab. Du bist scheiße. Du bist scheiße. Haha, den Motherfucker, der hat mich von hinten mit der Schacht gebracht. Motherfucker, Bro. Ich habe eine scheiß RPG drin. Ich habe die ja nicht unter dem Hintergrund. Nein, ich meine noch nicht sicher. Wie sicher hast du mich geholt, Bro? Wie der um die Ecke spriegt. Aber ja, alles wohl, Mann. Ja, anscheinend nicht, oder? Ja, nein, nein, nein. Schau, wie jetzt die Connection als Ausrede nimmt man. Peinlich. Achso, das ist eine Zeitschusswaffe. Ups. Alles klar. Zehnjähriger Mobil. Oh nein, wieder der Sniper. Der Feind ist bei der letzten Waffe. Los geht's. Was? Ihr habt das Fahrzeug geschafft. Nur noch einen Schritt. Das war drauf. Was? Jo, ich war so drauf zweimal. Mission erfüllt. Bestnote. Ich hab dem Ben für den Sieg gekostet, Alter. Das freut mich, Alter. Du Sauer. Ich war zweimal so drauf, Mann. Oh nein, ich war zweimal so drauf, Mann. Nein, und er bekommt den größten Freakill überhaupt. Das ist... Hey! Danke, bist lustig.